Okay, am Freitag wird es voll. Das ist gut. Und heute haben wir noch mehr Reservierungen. Und zusammen als Team schaffen wir das. Jetzt atme. Erst einmal durch. Fertig. Das kann so raus. Du leitest ein erfolgreiches Restaurant und ein Klasse-Team. Zeigen Sie euch hier nicht, wie man Wein serviert? Wo warst du? Hier wartet Abwasch! Andy, wann schmeißt du ihn raus? Na, dann schneidet drei Scheiben ab. Das kann doch jeder. Du hast einfach sowas von keine Ahnung. Weißt du, unter welchem Druck wir hier stehen? Wie schafft ihr das ohne Burnout? Ihre Geschäftsführung ist einfach miserabel geworden. Ach, leck mich doch. Es ist nicht ihre erste Woche in der Scheißküche, oder? Nein, 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 nein. Verschwäng dir, du Exer. Es gibt Millionen Jungs da draußen, die augenblicklich sterben würden für die Chance, die du bekommen hast. Niemand kann dich hier leiden. Und du wirst sie jetzt sofort rausschmeißen. Du musst es tun. Andy, das hast du alles verschuldet, Mann. Weil du nichts vorbereitest, wie die einen verdammten Scheiß wert sind. Und wenn du dich mal sehen lässt, bist du voll. Du bist ein Mixer. 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 Untertitelung des ZDF, 2020